und auch hier habe ich wieder was für euch gefunden die cardinalen loveli die steht hier neben dem haus und zwar ungefähr da wo dieses boot hier im wasser ist und zwar befinde ich mich da wollte ich jetzt nicht hin hier in waschu am kamasa rüber ungefähr da an dieser an dieser stelle wo diese hütte ist genau ihr findet das bin ich mir ganz sicher und ich sag dann mal bis zum nächsten fundort bye bye